Es hat immer wieder voll genervt, damit rumzulaufen, weil hier diese ganzen Kieselsteine und so etwas hier reingefallen sind und noch mehr Sachen. Und als ich in Matsch reingetreten bin, da ist diese Flüssigkeit und dieser Dreck und Erde und sowas auch noch über den Fuß reingekommen. Und hier, wenn ich über Stande rumgelaufen bin, über Asphalt oder Fels oder Stein oder sowas, dann wegen diesem ganzen Hartplastik bin ich die ganze Zeit am hier wegrutschen gewesen. Das hat immer voll viel Zeit und Kraft und sowas gekostet.